So, jetzt probiere ich das dann nochmal. Neuer Joystick, neues Glück. Tja, ich brauche auf jeden Fall Raketen und so, ne? Ich habe bestimmt die ganze Übung verloren hier. Wollen nochmal sehen. Ah, finde ich lustig. Kann nebenbei, während ich das aufnehme, kann ich ein anderes Video rendern. Ich kann jetzt starten können. Aber es ist ja nicht so, dass der FX-8300 das nicht auch schon gekonnt hätte, also, naja. Ich muss das mal umstellen hier, machen wir. Das ist geil, ich habe mir so einen Trustmaster jetzt geholt hier, für so über 30 Euro. Echt nicht übel. Jetzt muss ich den nochmal kalibrieren, glaube ich. So. So. Ah, das Ding ist halt immer noch nicht so wendig. Okay. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Gehen wir irgendwo da drauf. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Ja, Sir. Ich gebe dem Ding da erstmal einen Torpedo, damit ich hier gleich erstmal Ruhe einkehren. Jetzt habe ich hier gleich haufenweise Flüge am Arsch. Ja, nee, 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 nee. Mein Volk wird meine Tod reichen. Wie sieht's aus? Alles best, Sir. So, äh, ne steht noch auf Veteran, okay. Ah, euer Joystick war es gut, ne? Ja, komm, kriegst du auch ein Torbjörn. Reifen die mein Ziel an. Ja, Sir. Ja, dass man ein Eck einfach so von alleine schießt, ist natürlich ganz nice. Das funktioniert ganz praktisch hier. I don't need nobody like you. Eine Schande für mein Volk. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Boah, greifen Sie mein Ziel an. Ist ja gut. Ja, Sir. Ja, Sir. Nicht schlecht, das Ding. Für den Preis. Ich glaub, das waren jetzt 34,97 oder so, kann ich hier echt nie meckern. Und sich natürlich erst mal eingewöhnen, aber ich kann meine Hand voll geil auflegen. Das ist das Tolle an dem Ding. Ganz was anderes, jetzt ist ja. Ja, okay, Made in China, System hier normalerweise auch. Aber das ist ganz verbundlich. Oh, 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 oh. das ist so komisch rumpelt dann immer ein Schlittchen Kaffee, weiter geht's eine Schale für mein Volk kannst du wohl laut sagen und ich kümmere mich mal um diese Pissnaken ja genau, flieg einfach in mich rein hier, Kamikaze ich kümmere mich oder was heilige Scheiße pass mal auf Junge, pass mal auf du hast wohl Eier am Rheinland alle Achtung Sir kannst du mal sehen ich hab ne brutale Kacke hier, los geh hoch das Ding ist alles andere als wendig hier, das sag ich euch ja komm her, kriegst du noch ne Rakete hinterher wie geht's aus? alles besten Sir alles besten Sir ich wage es manchmal zu bezweifeln, aber wir werden sehen das sieht so bei mir aus, no damage, aber mein Radar ist am flackern naja der Tropeeder aufheben oder draushauen da kann man nur draushauen ja, sie haut das schon die Päten rein das ist auch ganz cool ha 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 na dann so müssen wir den Krieg ziehen hier feind gesichtet können ja, du Scheiße lösen und angreifen jetzt wird's geil wohl auch nicht die hab ich ja schon völlig vergessen hier die hab ich ja schon völlig vergessen hier zu Katzenstreu zu Katzenstreu naja na klar da 头 sehr geil schön was ist denn mit Papel oder? Was ist denn mit Papel oder mit Papel? Oh, ihr geht nur aus dem Keks, Jungs. Ich habe den Drecksack erwischt. Sehr schön. Komm mal ran hier. So, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Wie sieht es aus? Alles bestens, Sir. Ach du Scheiße, jetzt kommen die auch noch. Das wird jetzt lustig. Wie sieht es aus? Alles bestens, Sir. Oder auch nicht. Nur noch Torpedos, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Komm her, Kätzchen. Bist du noch mal erwischt, glaube ich, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ach, ja. Den noch erwischt, wa? Ja, komm, jetzt ist es aber mal gut hier. Ich hab den Drecksack erwischt. Ja, hol. Ich hab den Drecksack erwischt. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Normalerweise geht man hier aber auch das Spass. Ja, wunderbar. Ja, da kümmere ich mich um die anderen, ganz klar. Ich wünsche mir eine kleine Mieterkatze für mein Wokkenhaus. Oh, komm doch welche, da gibt's ja gar nichts. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Sag, gute Nacht, Mieterkatze. Der Ding braucht ganz schön Platz, muss man ja mal sagen. Ich kann zu dem Teil ja mal einen Vlog machen auf meinem Hauptkanal. Ach, da hab ich auch noch einen Knopf. Oh, der, der. Ah, das ist die Nummer 3, alles klar. Muss man erst mal entdecken hier. So, und damit kann ich sogar den Dings machen hier. Ja, aber währenddessen kann ich lenken, das so. Ja, komm. Bieter Ketzer. Der Nachbrenner aktiviert. Oh, ich weiß nicht, dass ich doch schon so viel zu kramen konnte. Ich hab mal random ausprobiert hier. Es gab da zu dem Spiel original mal ein Gamepad mit dazu, ne? Tja, mein Dad hat's ja noch richtig original released damals gekauft. Da gab's noch ein weißes Gamepad mit dazu. Da waren soweit ich weiß, sogar noch alle Tasten gelegt. Vier Stück an der Zahl, wie Nintendo, wie Super Nintendo, hier ist Ness. Oh, läuft ja ganz gut hier, wa? Feind gesichtet, Körner. Jau. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Ah, hier greifen wir irgendwo ein... Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Vogel da an. Ich mach hier mal ein Torpedo. Oh, so hatte ich das vor. Es geht im Original der Sprit aus, oder was? Ach, du Scheiß. Jetzt hab ich aber ein Problem. Ach, du Kacke. Das wird mir Original der Sprit aus. Jetzt wird's aber schwierig hier. Jetzt wird's aber richtig schwierig. Das wird's aber gemein, ja. Sehr schön. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr Gas geben, weil ich kann kein Gas mehr geben. Der Stück ist leer. Ah, Scheiße. Ich sag euch Leute, die Mission ist einfach nur per wer ist. Mach dich weg. Sehr schön. Ja, ist ja schön, aber wir haben ja immer noch einen am Hals. Ach, komm schon. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Schau, gute Nacht, Mieze Katze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Hört, Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Verarbeiten wir dich zu Kacke. Kacke, Streu. Ah, fliegst wie der Affe der Pest. Ja, pass mal auf. Zeig dir mal, was ein Affe so kann. Scheiße, was, du brennst schon. Oh, Scheiße. Und ich hab nur noch einen Torpedo. Ich hätte vorhin doch den einen rausgegangen. Gar nicht so verkehrt gewesen. Alter Schwede. Ja, beärgen kann ich ja nix mit dem Ding. Das kann ich wohl verraten. Golfstabschied correusEN. Und wie geht's aus? Und wie geht's aus? Was ist das? Ha, den haben wir erwischt. Ach du Scheiße. Nö, ne? Ach du Scheiße. Jetzt wird's aber richtig lecker. Das schaffe ich ja nie. Oder doch? Soll der Joystick so toll sein, dass ich das jetzt hinkriege? Haha, fände ich ja gar nicht. Ah, na komm. Na komm. Ich braue dich mal vor meinem Visier hier. Einer nach dem anderen. Auf der Frostbock, ne? Feigenschweine. Ha, erwischt hab ich, ne? Sehr geil. Komm, kaputt, kaputt. Das ist ja schlimm hier. Das ist ein Vollgang. Hoffentlich schaffe ich das. Das wäre so genial. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Ah, mein Volk ist ne Schande mehr. Ja komm, ich krieg hier auch noch. Wenn ich danach nach Hause komme und abspeichern kann, ist wunderbar. Hab genug von dieser Mission. Ich hab mich schon Joysticks erschossen. Ah! Was? Ey, verdammende Axt. Das schaffe ich ja nie. Das ist krank. Das ist richtig krank. Oh, ne Schmiede, man. Da noch die Grazies. Ja, krank. Ja, das ist das Mann so. Da kriegst du einen Krampf im Arm hier. Ja, einer weniger. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Ja. Alter Schwede, das gibt was für die Abschussliste. Alter Schwede, ey. Nicht, dass die Leute wirklich nur glauben. Ich würde Katzen hausen. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Hört Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Jetzt greift das was. Komm, sag doch noch mal was. Hört Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr werdet bärmlichen Nachkommen von Affen. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Ja, wir wollen es nicht noch umzugreifen. Wir löschen euch aus. Jetzt reicht es aber auch hier. Ey, ab nach Hause, ey. Halleluja. Hat er tatsächlich über 20 Minuten gebraucht. Eine Mission, oder was? Alter Schwede, ey. Sieht aus, als wären sie erfolgreich gewesen, Sir. Ja, das kann es aber sagen. Jetzt reicht es aber hier. Alter Schwede, ey. Was für eine Mission. Hoffentlich wird es wieder gemütlich, ey. Dann kriegst du halt so viel. Junge, 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 Junge. Yo, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wing Commander 3.